Wie gut, dass ich direkt neben dem Appellhof penne. Oh, der Wachmann ist so aufgeregt. Wie süß. Manchmal ist unsere Liebe brutal. Wie wurde gesagt, der Häftling hat immer recht. Aha. So, ich habe jetzt mal vier Dinger angenommen. Kannst du mehrere annehmen? Scheint so. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. So, er möchte eine Turbo-Tal-Compoder. Kriegt er. Ja, du kannst mehrere annehmen. Okay. Menz, hier haben Primely. Äh. Sind, außer Korn. So, muss hin. Ich muss nach dem Frühstück even verprügeln. Der hat einem anderen Häftling die Milchflasche geklaut. Folge beim Sport. Keine Ablenkung. Tue ich. Jetzt aber erstmal Freizeit. Kann man erstmal ein paar Tische durchstöbern. Komm, komm. Nein, 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 nein. Lauf, 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 lauf. Was hast du jetzt gemacht? Ich wurde erwischt. Beim, bei einer Prügelei. Oh Gott, die finden mich eh. War schneller. Das lag wahrscheinlich in der Fitness. Ja, sie verlieren mich gerade aus den Augen. Ach, da läufst du. Ja, ich geh mal kurz nach oben. Und versteck mich einfach bei den... Kameraleuten. Ja. Vielleicht hab ich ja Glück. Boah, ich hab Glück. Der findet mich nicht. Ich bleib da jetzt erstmal drin, ne? Wenn du einen wirstlosen Werter plünderst, kannst du schnell einen Abdruck eines Schlüssels nehmen oder seine Schlüsselkarte kopieren. So. Wo ist der Typ, der mich zurückbringen muss? Da. Bitteschön. Finde tote Ratte von Primlay. Gifungi. Also Blech hab ich jetzt dreimal. Ich will Panzergeb. Und hole Baseballhandschuh von einem Schreibtisch. Da hat aber jemand sehr gut versteckt. Da komm ich ja gar nicht hin. 80 Geld hab ich jetzt. Ja, ich muss noch bis zum Sport warten. Ein bisschen Geld dazu verdiene. Ich hab ne Pfeile gefunden. Ich glaub's nicht. Juhu. Sag Bescheid, wenn du eine Klebeband findest. Ich tue gerade was für meine Fitness. Ich tue die ganze Pfeile für drauf. Wofür? Für den Griff. Achso, ja. Wann haben wir denn Sport? Um 15. Muss ich erstmal arbeiten gehen. Ne, Mittagessen gibt's jetzt erstmal. Mhm. War da. Na, ich muss Mittagessen. Ich muss meine Energie hochballern. Und danach hast du Arbeitszeit. Ja. Um 13. Ist die Arbeitszeit. Diesmal muss ich's schaffen. Und der Wachmann, der mag mich. Der hat einen gepulserten Schlagstock. Wie nett. Oh, ich warte schon mal auf Arbeit. Hier liegt schon wieder eine im Wächter. Jetzt hab ich's verstanden. Ja. Man sollte auf die Farbe der Müllsäcke achten. Man muss den Müllsack mit derselben Farbe auch in die Maschine derselben Farbe schmeißen. Blau. Geschafft. Ziel erreicht. Ja, mein Arbeitszoll geschafft. Dann werde ich wahrscheinlich auch dafür bezahlt. Na, wollen wir's hoffen. Was? Ich soll aus deinem Pult... Ich klau aus deinem Pult doch nicht. Seid ihr bescheuert. Was sollst du denn da rausklauen? Ne Batterie. Nee. Ist nicht. Ah doch, komm. Kannst du nehmen. Nee. Klebeband. Klebeband. Wie lange soll ich denn arbeiten? Hm? Wie lange soll ich denn arbeiten? Zwei Stunden oder was? Wahrscheinlich. Ja gut, wenn du deinen Soll schnell erfüllst, hast du im Prinzip... Freizeit. Freizeit. Und jeder denkt, du wirst arbeiten. Klebeband kostet 60. Ich habe 80. Ich habe 80. Sport. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen Ablenkung schaffen. Ich habe schon eine Idee. Der hat kein Klebeband. Ich habe kein Klebeband. Klebeband, nein. Klebeband, ja. Her damit. Ja, die haben mich umgeknüppelt. Ja, die haben mich umgeknüppelt. Massenschlägerei. Jawohl. Ich kann meine Spitzhacke jetzt nochmal upgraden. Ich würde gerne eine Schaufel machen. Was fehlt hier dafür? Ich muss ja eh gerade ein bisschen hier rumgimpen. Äh, wo finde ich die Schaufel denn? Eine Schaufel... Panzertape. Ach, okay, ja. Kann ich gerade leider noch nicht mit dienen. Ja, so zwei... Zweimal... Klebeband. Zweimal Panzertape bräuchte ich. Okay. Immer diese Gewaltbereiten hier. Wahnsinn, ne? Echt, kann ich nicht nachvollziehen. Klebeband! Ja. Ich bringe dir Klebeband. Hast du überhaupt noch Platz im Pult? Hello, na? Ja, hast du. Ja, es gibt jetzt Abendbrot. Jupp, einmal Klebeband in deinem Pult. Bedankt, ich habe jetzt auch einmal gefunden. Dann kann ich den direkt aufwerten. Zack. Mal essen, schmeckt nicht. Ja, ich gehe meine Spitzhacke jetzt auch noch einmal aufwerten. Haben wir denn was, um das Loch abzudecken? Ja, wir sollten das in einem Zug schaffen. Ja, stimmt. So. Oh, ja. Schönen guten Tag, äh... Officer. Kann ich ihn direkt aufwerfen? Kann ich ihn bitte mein Zimmer verlassen, meine Zelle? Ich fühle mich so beobachtet. So. Los jetzt! Die geht nicht aus meinem Zimmer. Noch einmal Panzertape und... So, geht doch. Ich bin glücklich. So, ich habe jetzt eine stabile Spitzhacke gefertigt. Ah, ich brauche einmal Panzertape. Wo sind denn hier meine ganzen kleinen Dealer? So. Was könnten wir denn basteln? Na, toll. Haben sie alle Griffe und keine... Kein Panzertape. Tape? Nein, Blech. Auch kein Blech. Ey, das ist eine Seife. Auch noch eine Socke. Panzertape. Da. Da. Falschen Lüftungsdeckel? Ich muss klüger werden. Oder ein Kistenboden. Wäre natürlich auch eine Variante, ne? Wirst du einfach so ein Kistenboden da drauflegen? Weiß ich nicht. Ich brauche mal zwei Holz und Nägel für. Wie klug bin ich denn? Also ich bin, glaube ich, über... 50. Verdammt, ich muss zehn klüger werden, damit ich meine Schaufel weiter... Nägel habe ich. Sollte machbar sein. Zehn. Zehn. ... Komm schon. 56. Nein. rein ich chill mal schon mal draußen hier im hof beim apple auch noch ein bisschen jetzt darf ich aber auch werten keiner hat holz ich habe ein holz ich brauche aber zwei damit wir einen kistenboden machen können den wir dann übers loch legen könnten klebeband holz her damit und was hast du dabei du wurdest ja gerade umgeknüppelt nägel büroklammer nein ich wollte gerade durchsuchen mann ab zum appell ja ich bin dabei ich bin auf dem weg fangt nicht ohne mich an ja ich gehe schon mal zurück mein weg ist ein bisschen weiter sag mir bescheid wenn ich die glückliche bin die gewonnen hat darf ich mir das holz aus deiner ja ich glaube das ist ein geheimfach und wer sind die glücklichen gewinner sind noch nicht benannt gewonnen haben leslie und skinner auch hier war und würde ich sagen wir versuchen am nächsten tag auszubrechen wenn wir auf jeden fall versuchen ich bevor ich würde voll vorzogen direkt nach dem abendbrot dann haben wir nämlich die meiste zeit ja bis zum appell quasi klingt nach einer idee jetzt brauche ich aber auf jeden fall gleich erstmal dein holz damit ich uns den kisten boden machen kann ist in meiner in meiner schubs lade ich war schon beim appell einkäufe erledigen ja ja komisch wenn ich in deiner zelle gehe brüllt der nicht ich soll mich daraus verkummen ich soll briefe an wachmännern ausgeben dann schicks domani kurs und peyton wachmann ihrer fall er kümmt da oben rum ok nach erst frühstücken so ich gehe frühstücken ja ich war frühstücken mhm war das lecker für meine stärke ich muss briefe an die wachmänner verteilen sowas aber auch ich habe mal geguckt ob da vielleicht noch mal zivilkleidung irgendwo ist ist jetzt nichts gefunden ich bräuchte noch eine häftlingskleidung ja wachmann du bist bei mir auf arbeit ja ich bin jetzt damit beschäftigt den ganzen tag über meine stärke und fitness hochzuballern wer weiß wofür es gut ist ja wir haben freizeit dann setz dich hin wenn du klebstoff findest nicht dran schnüffeln mir mitbringen brauchst du noch welchen? ja dann ich habe zweimal klopapier wenn ich jetzt zweimal klopapier habe könnte ich ähm könnte ich daraus halt eine masse machen um ein gefälschtes lüftungsgelder herzustellen wofür? ich habe doch den kistenboden dafür gemacht aber weiß ich ja nicht hab ich dir doch gerade noch ja man weiß doch nie wofür man es nachher brauchen kann ja gut ja ja wenig kohle so fitness so soll ich auch noch einen kuchen machen hier ach gar nicht mein gott was bist du denn hier für ein waschlappen du könntest mir einmal nein so Mehl habe ich schon mal das brauchst du noch? Milch und Zucker ich helfe mal mit zu ach ne du kriegst das wahrscheinlich äh angezeigt ne? ja ok ich habe nochmal Panzertape gefunden dann gehe ich duschen und fülle meine energie mal auf und Zucker zack schädige kuchen hier war eine Pfeile drin die wollte ich gerne mitnehmen jetzt muss ich den kuchen noch ausliefern und habe dafür 25 verdient wow wow ah Mittag 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 wie passend ich bin nämlich voll k.o. wirst mal wieder Kräfte sammeln oh war das lecker mmmm der hat ihn da rein mach auf Fatz mir fehlt Fläsch naja naja mmm komm futter mal einen Schritt schneller ach guck mal Blebstoff, Blech was Blech? Blech? ich habe Blech ich jetzt auch und nochmal Klopapier gefunden ich habe Klebstoff gefunden So, ab zur Arbeit. Haha. Ich hab ne Pfeile. Okay, ich muss arbeiten. Ich war da. Ja, ich muss ja wirklich arbeiten. Ja. So. Huch, jetzt hab ich ja aufgepasst. So. Wie zu müde, ach du bist doch ein Fogel. Warte mal, kann ich mich nicht auf die Wegen draußen legen? Zack. So. Ich hab meinen Job erledigt. Sehr gut. Ich glaub ich mach mal noch ne Schaufel. Fitness auf 70. 74. Ich hab gar kein Holz mehr. Ich kann keine Schaufel machen. Oh, Holz. Komm. Ah, da war ein Blech. Mitnehmen. Und Holz. Kann ich mir noch ne zweite. Schaufel machen. Jaaa. Ich hätt mir vielleicht auch noch ne zweite Hacke machen sollen. Nur für den Fall das. Brauch ich ja noch mal nen Holzgriff. Holzgriff. Und mhm. Brecheisen. Geld 20. Damit komm ich auf jeden Fall nicht weit. Ich hab so viel Sport gemacht, ich hab jetzt keinen Bock mehr. 50 für nen Brecheisen. Oh ja, dicke Prügelei. Ich weiß jetzt welcher Wachmann noch nen blauen Schlüssel hat. Durch Zeit. Ich weiß ja nicht was der mir hier anzeigt. Wo ich hin soll. Irgendwie ein bisschen buggy. Na ist. Ich sollte duschen gehen. Wir brauchen die Power. Kann man jetzt eh noch Abend essen. Ja. Aber da will ich ja nur rein, raus, damit wir möglichst viel Zeit haben. So. So. So, ich bin auch voll, ich muss mein Kram nur noch eben holen. Ja. So. Das nehm ich mit, das nehm ich mit, das nehm ich mit. Oh, super essen. So. So. So, ich will auch essen. Bin da. Ja, dann hau rein. Geht auf jeden Fall viel besser. So. So. Warte. Warte. So. 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 ich bin unterwegs 1 2 3 4 felder müssen wir also noch eins der tunnel brauchte eine holz strebe echt jetzt ja ja das gibt heute noch kein jetzt suche ich erstmal holz strebe dreimal holz ich denke nach dem appell werden wir dann mal eine kleine pause machen werden uns einfach voll durch den zaun fressen können ist dann plan b wenn sie uns finden wenn sie uns entdecken sollten was hast du jetzt gekauft eine feile ich habe auch noch einer aber jetzt ist appell war eine idee mit dem sägen ja und die haben ja alles weggenommen ich werde in einzelhaft gesteckt ja alle schaufeln alles weg du hast versucht auszubrechen also so öffentlich einfach mal am zaun sägen ist nicht das wahre ok ich glaube jetzt in einzelhaft ist es ein super zeitpunkt die aufnahme zu werden ich gehe mal eben zum appell dann gehe ich wieder in meine was nein ich habe doch gar nichts getan was ist denn hier los ich habe nicht mal was dabei was ist mit euch ich muss noch mal eben eine runde weglaufen oh nein hilfe ich muss meine zelle dass wir meine zelle nichts getan was nicht wag es dich mich zu schlagen ich habe meine peitsche noch recht noch abgeworfen aber der hund hat bemerkt ich muss zurück zu einer zelle um 23 schule 6 ich hole mir jetzt erst noch meine peitsche wieder ist mir egal die lag hier gerade noch ok jetzt haben sie so eingesackt so gut dann licht aus genau sehen wir uns beim nächsten mal ja 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 ja